so willkommen zurück es geht weiter ich bin ja hier ach eigentlich habe ich mich glaube ich oben ausgelockt aber da ist nichts ich muss den anderen server nehmen mal gucken vielleicht habe ich da ein bisschen mehr glück und kann ja dadurch was finden ne fackel bringt mir nichts ich brauche irgendetwas wo ich eine dose essen aufmachen kann irgendwie kommt schon da nicht so ein froschen gibt mir mal irgendwas hier es ist doch nicht zu fassen jetzt das bringt mir jetzt auch nicht viel weiter geht auch eine etage höher aber hier werde ich bestimmt auch nichts finden mein lebens hat schon gelb an die chancen sind minimal dass ich hier überhaupt noch irgendwie zurechtkomme ich habe mir möglichst deshalb versucht mein bruder zu finden aber die nahrung machen wir jetzt echt ein strich durch die rechnung das ist nichts zu holen hier du musst nach pilzen gucken auf grün oder auf äpfel ne ja ich bin ich versuche auf den Weg zu dir jetzt hin zu kommen ich bin schon dabei irgendwas zu suchen ich gehe nach nütz heran wenn der zombie mich jetzt erwischt dann war es das hier sind schon immer scheiße auf das trinken was mir weg geht ich versuche dich jetzt zu finden ja mir geht nichts mehr um trinken ich kann mich nicht mehr bewegen gut ist du oder was ne ich krieg schon rotes leben geht doppelt runter nichts mehr zu trinken ich habe jetzt zwei plastikflaschen aber wenn ich nichts zu trinken bekommen ist natürlich auch kacke und daher geht mein leben jetzt natürlich drastisch runter also da wo ich lang laufe den weg da ist jetzt im moment rechts bei mir so ein fluss da kann man gut trinken holen ich habe stillstand und ich fliege raus aus dem spiel es ist doch nicht so glauben jetzt wo ich beinahe tot bin ich bin richtig raus aus dem spiel das spiel hat sich bei mir geschlossen ich habe eine tasche gefunden jetzt ist die bestimmt weg bei mir hat sich das spiel komplett geschlossen es ist doch einfach nur scheiße so kann ich auch nicht weiter leben ich versuche hier wieder rein zu kommen ich bin wieder bei 906 geht zurück da kommst du gleich wieder rein 906 ok ich habe vier leute ich bin ja zurück gespawnt es startet keine ahnung wo ich jetzt wieder stecke ich bin mächtig zurück gespawnt ganz am anfang fast ist das witzig die gebäude sind die alle zu lassen wir jetzt bitte was finden bisschen glück und glück und unglück das wäre natürlich optimal aber nichts zu machen kein messer ein nichts das schon wieder also die ware ist genau das gleiche da aber aber anrufen das ist jetzt los ich habe sie weiter voranbringen ja sollst du nicht und nachher gucken oder so wir haben auch die bauten bist du auch so weit zurück ist ja ein bisschen ein bisschen mir nur nichts weiter. Es bringt alles nichts. Ich humpel mir ein Zurecht. Nein! Zombie! Was bringt das, wenn ich alles dabei habe und nicht ein Werkzeug, um mir schnell mal eine Dose Futter aufzumachen? Was bringt mir denn das? Schon wieder ein Zombie. Der Zombie hat mich! Ich mache jeden Zombie kalt, aber ich kippe gleich von den Socken. Es kann sich nur um Sekunden handeln. Wenn du es schaffen tust, ich habe eine grüne Tasche in ein Gebäude reingelegt. Da findest du ordentlich was drin. Ja, ich habe das jetzt abgelernt, weil ich kippe gleich um. Es ist gleich zu Ende mit mir. Das habe ich jetzt extra ausgeleert. Vielleicht findest du das oder so. Aber es ist nach wie es aussieht. Weil so wie es aussieht... Treffe ich dich ja gleich noch. Ja, glaube ich nicht. So wie es aussieht, geht das nicht. Das ist so ein kleines Gebäude. Ich bin tot. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist leider nicht geschafft. Egal war da irgendwie zu helfen. Aber vielleicht hat das ja mit der Tasche noch hingehauen. Das war eine spannende Aktion, alles noch hinzukommen. Das wäre möglich. Aber mach doch nichts. Das ist jetzt... Nee, ich bin jetzt geknickt. Ich bin enttäuscht. Und ich bin ganz am Arsch der Welt. Nein, ich bin da nicht in der Nähe. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Diese Aktion findet sein Bruder oder so durchzuziehen. Aber leider hat's nicht hingehauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Foxy's E-Team.